Rebell Comedy ist eine schöne Ablenkung für mich momentan. Ich kann nichts anderes machen. Ich hasse es, Nachrichten zu gucken oder Nachrichten zu hören. Ich kann momentan keine Nachrichten hören, ohne mich angesprochen zu fielen. Ich flüchte, ich lasse das Radio aus. Ich hab das Gefühl, die jagen mich. Ich lasse es einfach aus. Wenn ich das Radio anmache, dann geht das so. Flüchtlinge, Muslime, Islam, arabischer Herkunft, Nordafrikaner, Marokkaner, Ben Weißer. Herzlich willkommen in 2016. Herzlich willkommen alle Marokkaner. Ihr seid gefickt. Das ist vorbei mit uns. Was ist da passiert? Silvesternacht. Tausend Nordafrikaner. Tausend Stück. Die haben unser Image komplett zerstört innerhalb von einer Nacht. Es war vorher so schön, Marokkaner zu sein. Ich schwörs dir, wenn mich Leute gefragt haben, woher kommen sie denn? Ja, ich komme aus Marokko. Marokko? Oh. Da denkt man direkt an Marrakesch und an tausend und eine Nacht. Ja, früher. Jetzt werden wir die unsichtbare Migrantengruppe in Deutschland. Man hat uns nie gesehen. Wir haben viel Scheiße gebaut, aber wir haben es nicht abgekriegt. Immer so im Versteckten. Wir konnten uns immer so schön hinter den Türken und Kurden verstecken. Ja, jetzt werden wir namentlich genannt. Nordafrikaner. Die Türken so, ja, wir sind es nicht. Ey. Nordafrikaner. Die Türken so, ja, wir sind es nicht. Die Kurden so, ja, wir sind es auch nicht. Die Türken so, ja, Schlag ein. Die Kurden so, nein, verpiss dich. Ich hab's auch vorher gehasst, wenn man mich für einen Türken gehalten hat. Viele Deutsche kennen ja den Unterschied nicht. Und dann immer so, wie ist das denn bei euch Türken? Ich immer, wow, 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 wow. Ich bin kein Türke. Ich bin nicht mal der gleiche Kontinent. Nordafrika. Geografisch gesehen seid ihr eher Türken als wir. Ihr seid näher dran. Immer so, Nordafrikaner, Marokkaner. Jetzt, wenn du mich fragst, von vornherein, ich bin Türke. Ja, ich bin Türke. Was denn? Ja, Ben Neyser, das klingt ja überhaupt gar nicht türkisch. Ben Neyser. Ben. Mit Ü. Ben Neyser. Ja, auf jeden Fall. Und Abstand halten. Abstand halten. Armlänge, Abstand. Armlänge. Dass ihr Deutschen das nicht wusstet. Ich meine, habt ihr uns nie beim Tanzen beobachtet. Armlänge. Hier und da.